Hallo liebe Anglerfreunde, heute ist der 27.02.2016, wir sind hier am Aue-Seen Wesel. Heute kommen hier 4 Tonnen Fisch rein, 250 Kilogramm Zander, 150 Kilogramm Hechte und 3600 Kilogramm Rotaugen. Anschließend fahren wir nach Hafenmeer und setzen da noch 500 Kilo Mischfisch ein. Den Besatz macht der ASV Wesel e.V. und wollen wir mal gucken, was sich hier heute so tut. Komm mal her, komm hier hin. Da, jetzt hießt du die Lennox. Lennox. Von Schatzkackern Backth Pyhido Professor Bob Herr Bei Last Am Der rans Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist ein Schiff, das ist ein Schiff. Ich bin gerade aus. Ja, das ist so. Du kommst ja auch jetzt in der Gesetzgebung, Alter. Der ist 55. Wie alt wirst du jetzt? Guck mal, die Möbel. Ja, die sind ganz gut. Alter, die war mal. Guck mal. Da ist schon mal eine Tonne weg. Das ist eine große Zander. Untertitelung des ZDF, 2020 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 100 Kilo Sander und 60 Kilo Hetero Das machte sowieso Hast du nicht drauf, oder? Ja, ne... War ein bisschen Bisschen zu Komm! Ja, das ist gut. Ja. 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 Wir wollen ja da unten an. Wir wollen ja einfach in der Husten. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Komm mal rein. Alles Gute! Alles Gute! Macht da anderen Backen auch mal voll. Haben wir voll? Ja, na. Das ist ein Schiff, das ist ein Schiff. Das ist ja nicht so weit, ist das? 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 Das ist ja nicht so weit, ist das?